Ich dachte schon, das geht erst nicht. What shelter? Keine Ahnung, wo der jetzt ist. Irgendwo im Inneren konnte man da rein. Ich muss das Ding reinnehmen. Dann, ich meine, die mittlere Tür wäre das. Ich glaube, ich bin gerade wieder gegen den Tisch gekommen. Ich sehe da so einen kleinen Ausschlag. Bei Audacity auf meinem anderen Monitor. Das ist ja kein anderer Monitor, als ich da Fernseher, als ich da angeschlossen habe. Da wäre ich noch früher auf die Idee gekommen. Es ist unglaublich praktisch, wenn man sieht, dass auch aufgenommen wird. Wow! Was? 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 Oh man, da ist ein Schalter. Aber ich glaube... Was? Ah, jetzt geht's auf. Ich muss mal ein paar Sachen zerstören. Boah, 15 Sekunden. Stimmt, ich sollte vermeiden, alt und leer gleichzeitig zu drücken. Das gilt offenbar auch für Gamma. Die High-speed-Cargo-Station ist vor. Wir gehen die Zeit aus. Das ist die Zeit aus. Das ist die Zeit aus. Das war's für heute. 20 Sekunden. Das wird mir nicht wirklich viel bringen. Das Ding ist, je mehr ich an einer Combo-Spec, desto besser. Das kannst du vielleicht nicht. Soll ich den jetzt in zwei Sekunden besiegen? Aktivität C. Jetzt muss ich den in einer Minute besiegen. Oh Gott, ich hab keine Ahnung, welcher Buchstabe das ist. Das war nicht so schwer. Das war's für heute. Okay. E-105 ZEITER rescue complete. Units remaining. Gamma. Gamma. Beta. Ähm. Ähm. Was ist das hier? Ich kann aber auf jeden Fall nichts machen. Was? Okay. Wenn er angreift, ist er verwundbar. Oder wie? Oder wie? Oder wie? was ist das hier? Oder wie? Oder wie? Oder wie? Oder wie? Oder wie? Oder wie? Was? Oder wie? Was? Oder wie? Tak Na komm Ja, ich hab auch nicht ohne ganz Zeit Nice Mission complete Day Day Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020